Hallo, hier ist Organisationen entwickeln, euer LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und ich präsentiere euch heute wieder einmal eines unserer Glanzstücke. Unsere Glanzstücke, das sind die Highlights aus unseren Lieblings-Podcast-Episoden, für dich kuratiert und zusammengeschnitten. So kannst du in deine Lieblingsepisoden nochmal reinhören oder dir auch einen Eindruck machen von einer Episode, die du vielleicht noch gar nicht kennst. Wenn du wissen möchtest, warum es in jedem Unternehmen auch Illegales gibt, warum Unternehmen darauf angewiesen sind und wie sie damit umgehen, wenn es herauskommt, dann hör jetzt unbedingt weiter hinein. In das Gespräch mit Stefan Kühl. Ich habe mir dein Buch natürlich angeschaut und dort schreibst du auch, dass wenn man in die Managementliteratur hineinliest, dann werden ja gerne Geschichten über Personen erzählt, die sich nicht an die Regeln einer Organisation gehalten haben und gerade deshalb eine tolle Erfindung machen konnten oder eine Innovation auf den Weg gebracht haben. Und da ist dann von Musterbrechern, Organisationsrebellen und anderen Helden und Heldinnen die Rede. Und im Rückblick scheint dann deren Vorgehen fast romantisch, zumindest aber nicht riskant und paradoxerweise dann auch doch irgendwie legal. Was ist da los? Ich glaube, es gibt beide Erzählungen in Organisationen. Es gibt sowohl die Erzählung von diesen Musterbrechern oder Organisationsrebellen, die sich halt auf gut Deutsch gesagt einen Scheißdreck um Formalstrukturen, teilweise auch um gesetzliche Regularien kümmern und deswegen eben sehr viele in Organisationen bewirken können. Und gleichzeitig gibt es aber auch die Skandalisierung der Regelbrüche in Organisationen, gerade dann, wenn es mal schief geht, also wenn zum Beispiel aufgrund einer riskanten Handlung einer Führungskraft ein Kraftwerk in die Luft fliegt oder wenn man jetzt den Volkswagen-Audi-Skandal nimmt, dann eben doch relativ große Strafzahlungen getätigt werden müssen, weil Führungskräfte da in einer ungewohnten Art und Weise kreativ geworden sind. Da wird halt genau dieser Regelbruch skandalisiert und alle tun so, als wenn es darum geht, eben in Organisationen formal strukturelle Erwartungen und gesetzliche Regularien zu befolgen. Das heißt, die Organisationen sind relativ flexibel in der Art und Weise, ob sie einen Regelbruch jetzt heroisieren oder ob sie ihn verdammen. Ja, durch diese Personalisierung und eben diese Vermittlung, dass das ja nur ein Einzelfall war, ist man ja als Organisation dann auch schnell wieder geheilt. Das Problem ist aber ja wohl, dass die Organisation, wenn sie so damit umgeht, nichts lernt, oder? Ja, also jedenfalls ist das das Problem, dass die Organisation auf ihrer Oberfläche so tut, als wenn Compliance jetzt der höchste Wert der Organisation ist und alle müssen diesen Wert in irgendeiner Form bedienen. Und die Erfahrung, die ich jetzt auch in der Beforschung, aber auch in der Beratung von Organisationen gemacht habe, die durch solche Skandale durchgegangen sind, ist nicht, dass in den anderen Geschäftsfeldern dann die brauchbare Illegalität eingestellt wird, sondern sie wird noch besser versteckt. Das heißt, man ist gezwungen, aufgrund dieser Intensivierung des Compliance-Drucks die eigenen Regelabweichungen noch stärker zu verstecken und dadurch ist es noch schwieriger, möglich so etwas wie eine informale Risikoeinschätzung dieser brauchbaren Illegalitäten zu machen. Also man drückt die Regelabweichung in einen Tabubereich und ist dadurch nicht mehr in der Lage, darüber zu reden, auch nicht im kleinen Rahmen darüber zu reden, welche möglichen Risiken diese permanenten Abweichungen von der Formalstruktur oder auch von Gesetzen für die Organisation beinhaltet. Ja, was wir vielleicht nochmal sagen sollten, zu diesen Regelbrüchen kommt es ja nicht, weil oder meist nicht, oder zumindest reden wir von brauchbarer Illegalität nicht dann, wenn sich jetzt einzelnen persönlichen Vorteile verschaffen wollen, sondern es geht ja um Regelbrüche, die funktional sind für die Organisation. Das heißt, um Mitarbeitende, die von den Regeln abweichen, um der Organisation zu helfen, heißt also Regelbrüche erhalten, so also das Konzept der brauchbaren Illegalität, das Funktionieren von Organisationen aufrecht. So, das müssen wir ja vielleicht auch nochmal eben festhalten und warum das eben überhaupt eine Frage ist. Naja, also das ist ganz zentral. Also für uns Organisationssoziologen sind die Regelabweichungen, die jetzt lediglich persönliche Vorteile beinhalten, doch weitgehend uninteressant. Also wenn man jetzt den aktuellen Skandal in der deutschen Politik nimmt, wo sich Politiker bereichert haben, da gibt es keine Funktionalität, sondern die haben ihre Position ausgenutzt, um Schmiergeldzahlungen zu kassieren. Und das hat mit brauchbarer Illegalität nichts zu tun. Oder wenn ich mein falsches Attest mir besorge, um nicht arbeiten zu müssen, das ist auch keine brauchbare Illegalität, sondern das ist eine Illegalität, die für die Organisation in der Regel sehr unbrauchbar ist. Und das, was uns Organisationssoziologen interessiert, sind die funktionalen Regelabweichungen, die für die Organisation funktional sind. Also Abweichungen, die gemacht werden von Mitarbeitern deswegen, weil sie die Organisation effizienter, schneller, innovativer machen wollen. Das sind die interessanten Regelabweichungen, mit denen man sich beschäftigen müsste. Wenn aber nun also Mitarbeitende Regeln brechen, dann ja nicht, weil sie eben kriminell sind, sondern weil sie sich eher professionell verhalten. Du nennst das Surfen in rechtlichen Grauzonen. Und das meint, sie entwickeln Kreativität und wissen darüber, was geht. Woran kann man das sichtbar machen, dieses Surfen in rechtlichen Grauzonen? Also der Punkt ist ja, dass die Organisationsmitglieder nicht naiv sind. Also gerade wenn es um sicherheitsrelevante Sachen geht, dann ist es ja nicht so, dass so ein Wartungsteam, ein Energiekonzern unbedingt einen Stromschlag abkommen möchte, sondern die wissen ziemlich genau, an welchen Stellen sie von bestimmten Sicherheitsstandards abweichen können und an welchen Stellen sie das lieber nicht lassen. Und das ist also meine Beobachtung, dass die brauchbare Illegalität nicht dazu führt, dass die Regeln überhaupt nichts mehr gelten oder dass die Mitarbeiter unvorsichtig werden, sondern man merkt, dass sich im Schatten der Formalstruktur, auch im Schatten des offiziellen Wissensmanagements einer Organisation, sehr viel informales Wissen ansammelt bei den Mitarbeitern und bei den Mitarbeiterinnen, in welchen Grenzen man von bestimmten Regeln und auch von bestimmten Gesetzen abweichen kann und wo bestimmte Stoppregeln sind. Das muss sehr mühsam gelernt werden und sehr mühsam weitervermittelt werden, weil man das ja nicht in irgendwelchen Dienstanweisungen nachlesen kann. Aber das finde ich, also da habe ich einen enormen Respekt vor der Art und Weise, wie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das eben austarieren, bis zu welcher Grenze man von bestimmten Regeln in welchen Situationen abweichen kann. Ja, also da ist extrem viel nützliches Wissen in der Organisation. Was folgt jetzt eigentlich draus? Also was würdest du denn Unternehmern, Unternehmerinnen, Führungskräften empfehlen? Wie können sie denn jetzt mit all dem umgehen? Also jetzt mal angenommen, sie verstehen, aha, brauchbare Illegalität gibt es bei uns, lässt sich nicht vermeiden, mache ich ja auch, ist ja super. Jetzt können sie ja irgendwie schlechthin gehen und sagen, ach übrigens, liebe Leute, das ist ja völlig in Ordnung, macht das mal. Oder sie können jetzt auch schlechthin gehen und sagen, ach, du hast eine Regel gebrochen, ach, macht ja nichts. Oder also was wäre denn jetzt überhaupt, wenn man jetzt auf Gestaltungsfragen schaut, da machbarer Weg? Ja, das ist die Ein-Millionen-Euro-Frage, die du da stellst. Ja, wir können sie ja mal zusammen beantworten. Ja, ich befürchte, die Antwort hat so eine gewisse eigene Komplexität. Also ich habe im Moment einen relativ großen Kunden, der stark unter öffentlicher Beobachtung steht, aufgrund der starken Durchregulierung dieser Organisation eine sehr große Anzahl von brauchbaren Illegalitäten hat, die aufgrund des Aufgabenfeldes aber immer mit extrem hohen Risiken verbunden sind. Und das, was mich da umtreibt, ist die Frage, wie kriege ich diese Organisation dazu, dass die in irgendeiner Form sich darüber austauschen kann, wie weit man bei diesen brauchbaren Illegalitäten gehen kann. Weil die Organisationsspitze sagt immer, bei uns ist alles in Ordnung. Wir haben keine Fälle und wenn wir Fälle haben, dann werden diese Regelabweichungen abgestellt. Und gleichzeitig ist es aber klar, dass diese Organisation ohne diese brauchbaren Illegalitäten gar nicht funktionieren kann. Und ja, ich beiße mir da die Zähne aus, weil jedes Mal, wenn man eine, also die nächsthöhere Hierarchiestufe, mit der kann man immer noch drüber reden. Es ist vorausgesetzt, es gibt kein Protokoll. Aber wenn man da die nächsthöhere Stufe geht, die empfindet das sofort als eine Handlungsaufforderung und versucht, diese brauchbare Illegalität abzustellen oder so zu tun, als wenn man sie nicht kennen würde. Und damit wird diese brauchbare Illegalität in den Taburaum geschoben. Und so die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, es hängt extrem viel davon ab, wie die Interaktionssettings gewählt werden. Also man muss sehr genau darauf achten, dass man einen Diskussionsraum hat, wo die Mitarbeiter sich untereinander vertrauen, dass man über solche Sachen reden kann. Dann muss man sicherstellen, dass die Informationsweitergabe in stark kondensierter Form stattfindet. Also so, wenn es darum geht, eine bestimmte Erfahrung nach oben zu spielen, dann darf das halt nicht zurückzuführen sein auf einzelne Mitarbeiter. Und dann kommt noch dazu, dass man als Grundeinstellung eben den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vermitteln muss, dass man brauchbare Illegalität als Vorgehensweise nachvollziehbar findet. Dass das eine eigene Form von Rationalität hat und dass man nicht zu den üblichen Betriebswirten oder Betriebswirtinnen gehört, die auf brauchbare Illegalität immer nur sagen, ja, dann müssen wir halt unsere Regeln, unsere formalen Regeln ändern, sondern dass man Verständnis dafür hat, dass es bestimmte brauchbare Illegalitäten gibt, die eben nicht in eine Veränderung der Formalstruktur überführt werden können. Ja. Dann kriegt man immerhin schon mal einen Diskussionsraum hin, in dem über solche brauchbaren Illegalitäten gesprochen werden können. Aber das denn zu systematisieren, also gerade wenn das eine Organisation mit zehntausenden von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist und darüber dann letztlich sowas wie Lerneffekte aus einem Bereich in einen anderen Bereich zu überführen, und das ist sehr kompliziert. Aber ja, das ist ein Fall, wo es eben nicht die einfache Lösung gibt, wo es nicht ausreicht, irgendwie ein neues Managementkonzept zu verkünden, sondern wo sehr viel Detailarbeit in der Rekonstruktion der brauchbaren Illegalität besteht und dann sehr viel Sensibilität in der Aufsetzung der Interaktionsformate notwendig ist. Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich fünf Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.